Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich im romantischen Obendorf im Salzburger Land. Ich freue mich auf eine schöne Zeit mit wunderbaren Weihnachtsliedern und schönen Stimmen. Stille Nacht, Heilige Nacht ist ein echtes Phänomen. Auf der ganzen Welt singen es die Menschen in über 300 Sprachen. Und wer hat es erfunden? Zwei Österreicher. Stille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft, einsam macht. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Heiligabend und harmonische Festtage. Frohes Fest oder wie es bei mir zu Hause heißt, Feliz Navidad. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!